Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem finanzfähigen Kanal. Ich bin Finn und ich würde sagen, wir schauen uns im heutigen Video mal die Aktien Deutsche Bank und Payon an. Denn die beiden Aktien haben heute wirklich interessante Kursperformance hingelegt. Gerade bei Payon ist wirklich viel passiert. Die sind knapp 20% nach oben geschossen. Und die Deutsche Bank ist in den letzten Tagen, gerade in der letzten Handelswoche auch wirklich ganz, ganz rade nach oben geschnellt. Wir sprechen heute mal ganz kurz darüber, wie das Ganze zustande gekommen ist. Und ich würde sagen, wir starten auch sofort rein und wir starten als erstes mit der Deutschen Bank Aktie. Die Deutsche Bank, ganz erstmal so ganz grundsätzlich, wir hatten bei der Deutschen Bank natürlich schon viel höhere Kurse. Aktuell befinden wir uns immer noch hier eigentlich relativ zu eher niedrigeren Niveaus. Klar, gerade bei Corona waren wir natürlich noch viel, viel weiter unten, haben seitdem natürlich schon 150% knapp Kursgewinne gesehen. Man muss auch ehrlich sagen, dass die Deutsche Bank den DAX in den letzten anderthalb, zwei Jahren wirklich extrem stark outperformt hat. Aber wie gesagt, vorher gingen auch wirklich extreme Kursverluste da mit einher. So, jetzt zum aktuellen Thema. Wir befinden uns bei der Deutschen Bank Aktie, so einem leichten Aufwärtstrendkanal und haben jetzt wirklich, wie gesagt, über die letzte Woche extrem, extreme Kursgewinne gesehen. Wir sind hier gerade, ich glaube, knapp wirklich in den letzten paar Tagen um 13% nach oben geschossen. Und das liegt unter anderem daran, dass man wirklich sagen muss, dass eben aktuell die Zinsen einfach wieder sehr, sehr stark ansteigen. Und das ist natürlich auch, steht hier auch nochmal in dem Artikel drin von der Schweizer Finanzen.net-Seite sozusagen. Und da steht auch nochmal drin hier, dass es einfach auf die Hoffnung auf den steigenden Zinsen teilweise natürlich auch beruht. Unter anderem natürlich auch, dass die Deutsche Bank jetzt beispielsweise auch wieder bekannt gegeben hat, dass sie an ihren Reddite-Voraussetzungen bzw. an ihren Reddite-Zielen festhalten werden. Sie werden sich aber natürlich auch hauptsächlich auf die Umstrukturierung des Konzerns fokussieren. Weil da muss man auch ehrlich sagen, dass bei der Deutschen Bank einfach in den letzten Jahren sehr viel umstrukturiert werden musste. Weil, wie gesagt, man hat es ja auch schon im Aktienkurs eben gesagt, da einiges schiefgelaufen ist, die Profitabilität nicht mehr so gegeben war. Und deswegen ist das Ganze jetzt, sage ich mal, wieder ein bisschen am drehen. Und deswegen sind die Anleger inzwischen auch wirklich wieder zuversichtlich bei der Deutschen Bank. Jetzt müssen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen im erweiterten Kontext anschauen. Und dann sehen wir natürlich, wir sind hier in einer wirklich wichtigen, wichtigen horizontalen Widerstandszone, die wir vorher schon mal angetestet haben hier im Juni 2021. Und jetzt sieht es trotzdem, sage ich mal, eigentlich in sehr positiven Bekanntgabe, dass sie an ihren Zielen festhalten werden. Naja, beziehungsweise es ist nicht ganz so positiv, weil die Zinsen sind natürlich gestiegen. Man hätte jetzt auch erwarten können, dass sie vielleicht noch bessere Zahlen erwarten, aber das war jetzt nicht der Fall. Aber trotzdem, prinzipiell erstmal gut, dass sie an ihren Vorhersagen, sage ich mal, festhalten. Trotzdem haben wir es jetzt, sage ich mal, heute nicht geschafft, den Kurs hier weiter überhalb dieses horizontalen Widerstands zu schließen. Beziehungsweise sieht es aktuell einfach nicht danach aus. Ich könnte mir deshalb jetzt vorstellen, dass die Deutsche Bank Aktie vielleicht jetzt nochmal so in eine leichte Korrekturphase geht, sich vielleicht hier nochmal leicht konsoliert, aber in den nächsten Wochen dann wirklich, wenn die Zinsen natürlich weiter hoch bleiben oder vielleicht nochmal ansteigen sollten, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die Deutsche Bank ja auch nochmal davon deutlich profitiert. Auch insgesamt, dass einfach inzwischen viel, viel mehr Anleger auf dem Markt sind, immer mehr junge Leute anfangen zu investieren. Und das natürlich den Banken auch gerade in die Karten spielt. Ja, so, ich würde jetzt trotzdem sagen, sprechen wir als nächstes mal über Payon, denn Payon hat auch wirklich heute einen phänomenalen Tag gehabt. Sie sind knapp 17% zum aktuellen Zeitpunkt hochgeschossen und ja, das muss man erstmal machen, sage ich mal. Das hat die Deutsche Bank gerade mal in der Woche gemacht, aber das sind natürlich auch ein bisschen andere Unternehmensgrößen, von denen wir natürlich sprechen. So, Payon erstmal, Sie sind im Endeffekt ein ziemlich spezialisierter pharmazeutischer Produzent im Endeffekt. Sie forschen auch selbst, haben einige Produkte auf dem Markt, die hauptsächlich ja im Endeffekt zur Schmerzbekämpfung, äh, zur Anästhesie, sag ich mal, zur Schmerzbekämpfung, wie auch immer, für Operationen und so weiter genutzt wird. Die sind relativ speziell, die haben Sie jetzt beispielsweise, eins dieser drei Produkte auf dem Markt, haben Sie bisher immer an den chinesischen Markt beispielsweise vertrieben, durch eine sogenannte Lizenz. Und da haben Sie knapp 5% der Nettogewinne bekommen. Jetzt haben Sie eine Lizenz verkauft an eine Tochter aus China von, ganz kurz, Human Well Health Care. Die sitzen in Wuhan, hat man vielleicht noch mal gehört, da kommt Corona her. Und, äh, genau, die haben es jetzt für 20,5 Millionen verkauft. Die Firma selbst hat dazu gesagt, dass diese nicht verwässerte Finanzierung ermöglicht, den Ausbau im europäischen Vertriebsteam zu erweitern und die drei zugelassenen Produkte der Anästhesie und Intensivmedizin zu investieren. Und das kann, wie gesagt, jetzt natürlich dieser Firma auch nochmal deutlich helfen, weil solche, äh, ja im Endeffekt Forschungsfirmen, die an Medikamenten und so weiter forschen, die haben immer extreme Kosten und dementsprechend auch extreme Risiken. Und deswegen brauchen sie manchmal einfach Kapital und da kann es auch einfach mal im Endeffekt lohnenswerter sein, vielleicht diese 5%, die man durch diese Lizenzvereinbarung bekommen hat, vorher an den Nettogewinnen, ähm, vielleicht lieber abzugeben und dafür jetzt wirklich diese 20,5 Millionen einzustreichen, um im Endeffekt einfach, ja, beispielsweise das europäische, ähm, Vertriebsteam zu erweitern oder beziehungsweise zu verbessern natürlich auch. So, wenn wir uns jetzt mal den Chart anschauen, muss ich ehrlich sagen, sieht es aktuell einfach noch nicht sonderlich gut aus. Wir hatten hier wirklich einen extremen Abverkauf in den letzten zwei Jahren, sag ich mal, seit Corona sind sie ja erst stark gefallen, haben sich dann sehr, sehr stark wie einige Unternehmen, äh, hier, sag ich mal, recovered, sind sogar über ihr vorherigen Hoch, ähm, durchaus drüber gebrochen. Jetzt haben wir trotzdem, sag ich mal, mehr oder weniger seit zwei Jahren einen größeren Abverkauf gesehen. Jetzt sieht es vielleicht so ein bisschen aus, dass wir jetzt hier wirklich endgültig die Bodenbewegung gesehen hätten, das wäre natürlich sehr schön. Trotzdem muss man jetzt ehrlich sagen, ähm, dass wir halt einfach noch sehr viele wichtige Widerstände über uns haben. Wir haben beispielsweise einmal, sag ich mal, den insgesamten Downtrend Support, den wir einmal versucht hatten, hier nach oben auszubrechen, haben es dann hier nicht geschafft, an unserem wichtigen horizontalen Widerstand vorbeizukommen. Ich ändere hier vielleicht auch einfach mal die Farbe, dann erkennt man das besser, ähm, und dann sind wir sozusagen hier nochmal drunter gebrochen, aber haben es dann vielleicht jetzt hier eben geschafft, unten auf unserem wichtigen horizontalen Widerstand, den wir einfach schon seit die einigen Jahren haben, ähm, ja, knapp ein Jahrzehnt sogar haben, ähm, dass wir da hier vielleicht dann wirklich mal drauf gebaut sind. Das wäre natürlich eine relativ bullische, sag ich mal, also eine relativ optimistische Analyse, wenn wir das jetzt hier nach oben hin durchbrechen, dann müssten wir halt immer noch an diesen wichtigen horizontalen Widerstand hier oben durchkommen. Denn man muss ehrlich sagen, wir hatten hier einfach, äh, bei Payon in den letzten Jahren enorme Probleme über diese 2,80 Dollar Marke zu kommen und bisher war immer unser Supportbereich da für die, sag ich mal, 2 bis 1,90 Dollar Marke ungefähr. Wenn wir die jetzt wieder nach oben hin durchqueren müssten, was natürlich auch noch ein ganzer Weg zu gehen ist, sag ich mal, das wird dann, sag ich mal, auch nochmal ein Kampf. Deswegen bin ich bei Payon aktuell noch etwas vorsichtig. Klar, theoretisch, so lange wir es jetzt schaffen würden, sag ich mal, vielleicht in den nächsten Wochen oder Tagen jetzt hier über diese Downtrend, äh, über diese Downtrend, äh, auszubrechen, dann halte ich es für durchaus wahrscheinlich, dass wir zumindest jetzt mal die Kursbewegung von knapp 25, 26 Prozent hier nochmal hochsehen auf die 1,80 Dollar Marke. Aber, sag ich mal, alles darüber hinaus, wäre ich dann erstmal vorsichtig, wie sich die Aktie wirklich entwickelt, was für News da rauskommen und wie sich das mit den Medikamenten natürlich auch entwickelt. So, ich würde sagen, das war's für das Video. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne mal ein Like da lassen, schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr von Unternehmen haltet, was ihr von Payon haltet. Ich finde es relativ interessant, wirklich, sie haben natürlich noch viel Potenzial, aber, wie eben besprochen, natürlich auch viel Widerstand aktuell noch im Chart über uns. So, trotzdem, ich würde sagen, das war's für das Video. Wer es immer noch nicht getan hat, gerne einmal runtergehen, ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr immer auf dem aktuellsten Stand und ich würde mich jetzt mal verabschieden. Ciao, ciao.